Hey, ihr Lieben! Willkommen zu einem weiteren Indie-Horror-Game. Ihr habt es schon gesehen. SCP-432 wird gespielt. Ein Zuschauerwunsch. Dem komme ich natürlich sehr gerne nach. Äh... Yeah, Auto-Play. Okay. Alles klar. Oh, Glow-Sticks können wir auch mit der Space-Taste hier. Collect all... 5 Artefacts and find exit. Hochgottchen, wie kreativ. Ha, 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 ha. Äh, Beginn. Okay. 5 Artefakte. Oh, wir filmen. Das ist ja so... Das habe ich ja noch nie gesehen, sowas. Wahnsinn. Wir lassen mal das Licht aus. Wir sehen ja genug, ne? Ha, okay, war ein Scherz. Ähm... 5 Artefakte muss ich finden und darüber hinaus den Ausgang. Das ist ja schlimmer als wenn ich. Da musste ich nur den Ausgang finden. Und ich hab's 500 Folgen nicht geschafft. Hey, das ist ne Lampe. Toll, das bringt's. Okay. Ich brauch nicht zu erwähnen, dass wir hier nicht allein sind in diesem... Was auch immer das sein soll. Unterirdischem Kellerverlies. Ein böses Monsterchen ist hinter uns her und er will uns zu Tode erschrecken. Und wenn es ein typisches SCP-Spiel ist, wird es ihm auch gelingen. So. Das Spiel gibt's kostenlos natürlich. Auf ModsDB. Den Link setze ich euch in die Beschreibung. Wie immer. Okay. Hi. Sind das Artefakte? You found... You have found the Artefakt. Eins von fünf. Reicht ja eigentlich, oder? Was auch immer das war. Das waren Blätter. Was machen Blätter hier unten? Warum sind Blätter ein Artefakt? What the shit. Ich verstehe das Spiel nicht. Ich interpretiere zu viel in das Spiel rein. Kann natürlich auch sein. Vielleicht ist es halt nur Blätter, weil wir zu Hause irgendwie... Was ist das? Oh, ne Dose. Klar. You found the Artefakt. Da könnte auch mal eine Zahl stehen. Jetzt muss ich auch noch im Geiste mitzählen, wie viele ich schon hab' und wie viele ich noch brauche. Aber der hat da dann mitgezählt. Zwei hat er eingesammelt und drei braucht er noch. Ja. Und in Mathe hat er auch aufgepasst. Oh. Und wenn das plötzlich so laut hier... Hi. Rohre. Ah. Da blinkt's. Da blinkt's. Ah ne. Da blinkt's nicht. Nur... Nur ein Licht. An der Wand. Sag mir, wer hat den meisten Schieß im ganzen Land? Oh. Oh. Alter. Das Spiel ist vorbei. Boah. Jetzt bin ich noch ein bisschen erschrocken. Kann man nicht... Äh... Kann ich nicht abstreiten. Nochmal. Leck mir an die Füße. Was war denn das jetzt? Sah aus wie... Ich hab's nur Sekundenbruchteile wahrgenommen. Sah aus wie ein... Ne Mischung aus Blutwurst und Kartoffelmännchen. Ja. Wir machen weiter. Wir machen gnadenlos weiter. Wir sammeln die Getränkedose ein. Wir sammeln die Blätter ein. Wir sammeln von mir aus auch... Einen Eimer Schweinskopf-Sülse ein. Wenn's der Sache dienlich ist und wir hier rauskommen. Blah. Blätter. Überdimensionale Blätter. Okay. Scheinen auch immer an den selben Punkten hier zu sein. Ich hoffe nicht, dass das... Oh, nee. Das ist... Das ist aber anders als vorhin, oder? Generiert sich das neu? Was ist denn das? Wah. Kann ich hier was machen? Oder ist das nur... Deko? Art Deko. Da. Was ist denn Scheiße? Was ist denn Scheiße? Ich spiel das jetzt nicht mehr lange. Ich hab keinen Bock nochmal so zu erschrecken. Mr. Android Horror. Der sich dieses Spiel gewünscht hat. Ich find das nicht gut von dir. Ich find das gar nicht gut. Es war das letzte Mal, dass ich einen Wunsch von dir entgegennehme. Wolltest nur, dass ich mich erschrecke. Ja, ja. Ist klar. Ist klar. Erschrecken soll er sich, der Depp. Der Deppe-Daddel-Depp. Der Deppe-Daddel. Dabbel-Daddel-Dab-Dab-Dab-Dab-Dab-Dab-Dab-Dab-Dab. Ich muss mich ein bisschen, äh, runterreden. Das ging ja eben jetzt noch schneller als im ersten Versuch. Fuck you! Können wir irgendwas dagegen machen, dass uns dieses Ding erwischt? Oder ist das einfach nur Zufall? Äh, hi. Danke. Eine Dose Cola. Die Cola des Grauens. Demnächst auf Tele 5. Hi. War das eben... Wird das Ding vom Licht angezogen? Kann natürlich auch sein. Soll ich mal vielleicht die Taschenlampe ausschalten, aber dann seh ich nix mehr. Ha! Zu viele Nachteile ohne Licht. Auch für euch. Ihr seht hier auch nix. Das heißt, wenn ich das Licht ausmache, müsst ihr... gezwungenermaßen auf meine Fresse gucken. Das ist nicht gut. Äh, Sackgasse. Wo wir gerade bei nicht gut sind. Äh, da scheißt die Wand an. Licht aus. Hi. Hi, rotes Licht. Tust du mir was? Es geht auch nicht weg. Äh, äh. Oh, es geht weg. Äh. Den Sinn des Spiels noch nicht so ganz durchschaut. Vielleicht muss ich ein bisschen blinke, blinke mit der Taschenlampe machen. Vielleicht stört das Monster das. Versuch ist es wert. Äh. Äh. Ich glaub hier... Ne, ich geh jetzt mal die andere Richtung. Als ich vorhin links ging, äh, hab ich nicht mehr lange gelebt. Hi. Mensch, äh. Atmosphäre ist schon nicht schlecht. Das Spiel ist zwar recht billig und... Ja, jetzt loopt sogar das Geräusche im Hintergrund. Aber... Es ist sehr minimalistisch von der Grafik und auch vom ganzen Gameplay, aber... Ich spiel's mal im Dunkeln mit Kopfhörer und... Es ist schon... Bisschen schaudehaft. Blink, blink, blink. Ich bin der Blinkman. Ich blink alles in Grund und Boden. Epilepsie-Manneken. Alter, alter, alter. Ich hab gar nicht gewusst, bis, äh... Ich den Kommentar bekommen hab oder den Wunsch, dass es ein SCP-432 gibt. Aber bei der Gelegenheit hab ich auch festgestellt... Hi, Blätter. Dass es ein SCP-431 gibt. Hab ich aber nicht gesehen, jetzt näher, was es da geht. Fuck you! Fuck you! Blink, 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 blink. Okay. Okay. Also, es zieht sich doch irgendwie zurück und anscheinend müssen wir, wenn wir es sehen, ja, in die andere Richtung laufen oder langsam nach hinten gehen. Und zumindest ist ja immer geholfen, dass es dann wieder verschwunden ist. Das ist komisch. Leuchte-Googie-Monster. Ich denke immer, das wär... Das sind nur so doofe Lampen hier. Die überhaupt nix bringen. Ich hab eh ne Taschenlamp. Super, jetzt bin ich gleich wieder im Kreis gelaufen. Toll, Herr Daddl. Hehe. Es wird schon wieder laut. Fuck. Das ist schon ein bisschen Angst. Das ist schon wieder ne Sargasse. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Warum so laut? Fuck you. Fuck, 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 fuck. Es kommt näher. Und es geht. Danke. Ich glaub, wir müssen still stehen bleiben, wenn wir es sehen. Wir dürfen uns irgendwie nicht bewegen oder höchstens nach hinten. Ist das das... Ist das das... Aber ich find keine Objectives mehr. Hi. Ah, das könnte der Ausgang sein. Ach, Tageslicht. Fick dich. Ich will hier draus. Oder sind wir hier reingekommen? Ich glaube nicht. Das dürfte der Ausgang sein. Super. Ich brauch noch drei Artefakte. Ich hab nur die doofen Blätter bisher in die Dose. Ich brauche mehr. Ach, nee. Nicht schon wieder ne... Ne Gasse des Sackes. Kann ja wohl nicht sein. So, wenn ihr das Spiel selbst spielen wollt, dann natürlich... So wie ich... Todesmutig, ne? Hahaha. Nein, ich mein natürlich im Dunkeln mit Kopfhörern. Ich krieg sehr oft Kommentare... Wenn ich mich total einscheiße, dann schreiben welche... Naja, so gruselig war's jetzt gar nicht. Gut. Ihr müsst das Spiel halt mal selbst spielen. Ihr seht halt jetzt das YouTube-Video. Und da ist natürlich der In-Game-Sound nicht so laut, wie ihr ihn original hören würdet. Und, äh... Naja. Deswegen kommt das dann nie so gruselig rüber, als wenn ihr dasselbe spielt. Zum Beispiel jetzt hab ich Angst. Wenn ich das Video auf YouTube dann sehe, dann denke ich mir, wie konnte der da Angst haben, der Depp? Ist doch gar nicht so schlimm. Aber... Wie ist ein Shit? Fuck you, fuck you. Okay. What the fuck? Oh! Es hat mich. Es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Ach, ich geb's auf. Es ist interessant, das Spiel. Es ist jetzt nicht so gut, aber es ist auch nicht das Schlechteste. Ganz okay. Okay. Ja, äh... Ihr könnt es nicht mal runterladen. Vielleicht findet ihr ein bisschen mehr als ich. Wahrscheinlich, ja. Ich sage auf jeden Fall jetzt danke für das Zuschauen hier bei SCP-432-Schieß-Micht-Tot. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.